... Oh Wo möchtest du rankommen? Möchtest du rankommen? Dann erstmal mit dem roten Schiff Ja hallo Was schaut denn alles zu? Tassi und Syrik Hallo Syrik Ja ich hab gehört letztens war Riffga knapp davor Der ist immer 3 zu 2 Der spielt immer 3 zu 2 Das ist echt so knapp Aber vielleicht kann es heute sein Weil er ja noch ein bisschen verkatert ist Ich hab keine Ahnung von diesem Match Das ist halt echt komisch dieses Match Oh Oh Jojo Monster Crazy Er hat sich einen einfachen Sock geholt Er hat sich einen einfachen Sock geholt Hotcam macht ganz viel mit irgendwie Spaced Fairs Und dann guckt er Und dann guckt er Und dann wählt er die Downsmash ein bisschen raus Und versucht dann den Gap zu holen Ich brauch ziemlich viel Platz beim Rufen Aber man macht man halt generell nicht Die Downsmash Die Downsmash tut richtig weh Ja Das macht er jetzt als F-Code Naja 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 ist besser weil Du kannst halt die Downsmash immer nur noch overtecken Ein bisschen besser Den Naja ist glaub ich schwieriger Oder du hältst runter und wirst dann zur anderen Seite geschickt Und dann bist du am Boden Naja ist wahrscheinlich optimaler Wahrscheinlich wäre Reverse Fair besser gewesen Aber ich bin mir nicht sicher Shit alter Benno sieht richtig wach aus Ja Benno sieht hat immer so traurig Oh er zieht einfach mal den ersten Stitch Alter Sofort ein böse Das ist manchmal so dumm Ja der böse kommt gleich Vor allem ohne Schein oder was auch immer Ja ja Du wirfst einfach mal einen Falk & Punch Ja Einfach so viel Shit Oh Dennis Schildpäscher ist halt richtig on point eigentlich Also wenn er dich im Shield hat Kommst du nicht mehr raus Die Needles waren cool Das war ein Visible Ceiling ne Glitch Deswegen ist er so schnell auf den Boden geknallt Nach der Fair Deswegen hat er den Attack Chase nicht bekommen Was ein bisschen traurig ist Ja Ja Aber Dennis call zu sehr aus Ja 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 Den ist ein bisschen grad gierig so mit Downsmashes und sowas, wird dann immer gepunischt. Dafür bewegt sich Rivka grad wie ein Wahnsinniger. Gucken wo er Edgeguard hat, ne hat er nicht. Dennis ist ein Biest wenn er ein Follow-Up bekommt. Also wenn er ein New-To-Openings hat, dann sitzt er im Punish-Game eigentlich meistens. Der benutzt auch sehr viel mit Pyros, das hat er auch gegen dich gemacht. Ja ja, Dennis ist ein recht technisch aggressiver Spieler. Hat einen Dash verkackt wahrscheinlich, jetzt hat er das bekommen. Ich fass es nicht, dass die Dash Attack fast gekillt hätte. Die Needles waren schön. Ich hab das Gefühl, er caught ihn ganz schön aus mit dem Needles. Immer wenn er in der Luft ist, trifft ihn Rivka da mit. Und er hat jetzt wieder Downsmashes und... Und... Rivka spielt unglaublich gut. Das meine ich so, Shield-Prescher sitzt bei dir. Jetzt hat er die Downsmashes gemacht. Man fliegt echt nicht weit weg mehr. Du kannst das halt echt krass die einen. Das verstehe ich, dass man da wegen Lernen... Hinter dran, ja. Das wäre vielleicht Ablauf die bessere Variante gewesen. Das ist echt krass, wie lange die noch leben. Wow, ganz schlecht die Eid. Siehst du, das meine ich. Du fliegst einfach in die andere Richtung und dann stehst du da. Und dein Gegner lebt immer noch. Das wäre schon krass, wenn Benoen an der Stelle steht. Hm, irgendwie daunt hier. In der Start-Up irgendwo. Der macht aber immer Schilder hinter dem Letch-Stash. Wer? Beno? Ja? Benos die Eier ist wahnsinnig. Schade, aber trotzdem. Der hat 123 Prozent. Der hat immer noch gelebt. Geht ihr heute noch weiter weg? Äh, ne, wahrscheinlich nicht. Dennis hat nicht immer eigentlich gesagt. Besonders Dennis meinte auch schon. Wir gehen übrigens weg. Ich bin voll okay damit. Ja. Wann musst du wieder nach Reichstag? Morgen. Wann erbt ihr eigentlich euer Weekend? Welche Woche? Donnerstag. Oh, gut Donnerstag. Ja, ja. Donnerstag. Ich bin dann mal mit den Brüllt Leuten. Brüllt? Ja. Und wie bei uns so in Berlin habe war ich einmal bei dem Brüllt Weekend. Da sind immer so 100 Leute. Das ist krass. Was? Wahnsinn. Und aber die haben auch ungefähr so viele Setups wie hier. Also wenn wir ein maximales Setup haben. Das ist halt unspielbar. Weil man so lange warten muss, bis man da herankommen kann. Wahrscheinlich auch viele Leute, die neu reinkommen. Wir haben ja extra noch ein Newcomers Bracket. Wo man kein Geld bezahlt. Und so. Macht ihr das heute, oder? Hm? Macht ihr das heute noch? Also ich meinte bei dem Ultimate. Ach so. Und das halt. In Berlin sind auch einige Newcomer da. Hm? Auch in Berlin. So neue Newcomers sind die schon. Habe ich viel Zuwachs bekommen eigentlich. Soiwoll. Also für euch ist das jetzt schon wieder fast alt, ne? Aber ich sehe das auch nicht so. Obwohl Dezember. Ja. Roryomancer. Niki. Niki Pixel Buddha. Ja. Die ganzen. Ja. Das sind schon eine Weide hier. Also Niki und Pixel Buddha sind seit End of the Line. Oh. Nee. 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 Dennis versucht jetzt richtig abzugeben mit seinem Blick. Nee. 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 Aber er hört keine Musik, das ist auch bei ihm komisch. Hm. Sonst hat er eigentlich immer Musik am Spiel. Stimmt. Ja. Hat er seinen Kappel geworfen? Ich weiß es nicht, du. Kann sein. Ja. Jetzt kommt es gut aus. Oh! Die Schuss darf er auch in Bad Fizzro? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Wo haben die gespielt? Nee, die haben auf Fountain gewonnen. Fountain? Ja. Haben auf Fountain gewonnen und haben dann... Wenn du gewonnen, dann auf die... Wir spielen ja jetzt dieses internationale Set, wo man nicht auf den Starter in Trauntopiken kann. Wenn man schon gewonnen hat. Auf Neutral? Ja. Crazy. Finde ich aber okay so. Ja. Man kann ja dann zum Beispiel machen, dass man mit der erste Stage die nimmt, die man gar nicht spielt, dann ruhigenspiel man geht. Gar nicht mehr ruhig. Das ist halt so praktisch. Ja und es kann passieren, dass in dem Game 5 alle Stables erstmal durchgespielt werden, ne? Ja. Perfekt abläuft. Obwohl... Sechs... Sechs... Sechs. Achja stimmt, ja. Es geht dann gar nicht. Ähm... Wefgang in Zelda. Oh! Oh! 2-1. Hast du deine Kopfhörer? Nein! Es ist das erste Mal, dass Ben... Dennis gewinnt. Naja... Ist ja noch nicht vorbei, ne? Ja. Aber kann sein. Entschuldigung, lass dich mal dran. Uhuhu! 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 Uuuhu! As an Alan. Uhuhu! 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 JLo Peach Die Daisy Die mit der Plastikrone Die Daisy Was fehlt der Tag? Was fehlt der JLo Tag? Oder Kana oder wann auch immer JLo Aber bei GMC war er auch krass mit Kana, mit der Bombe Ja, das war wahnsinnig Rivka nickt Zuversichtlich Ich schätze die Situation Die Down-Switch-Waffe ist Was gibt's denn für Geister für Charaktere? Wir haben eigentlich alles Also wir haben wirklich viel vertreten Wir haben Wir haben ein Fox Zwei Föchs Also Sascha spielt irgendwie so Fox Chic Dann haben wir Mich als Fox Pyro, wenn er mal da ist, spielt Falco Wir haben eine Peach Azosulfan Mick ist jetzt leider umgezogen, also Leipzig Aber er war vorher auch ein Chic-Main Wir haben sehr viele Chic Auch mit Chinook Noch eine Chic Also wir haben drei Chic Das ist halt schon wirklich viel Wir haben zwei Füchse Wir haben eine Samus Ne, zwei Samus Wir haben eine Peach Wir haben einen Jigglypuff Wir haben einen Falco Falco Ein Mal haben wir auch noch Ja Berlin besteht ja 50% aus Maarten Mal denkst Zur Zeit haben wir auch noch Einen Luigi Da dazu bekommen Der so ein bisschen spielt Ab und zu mal Der spielt eigentlich eher Brrrr Aber Brrrr Aber ja Manchmal spielt er halt Mit uns mit Der spielt Luigi Manchmal spielt er auch noch Stratos mit So eine alte Legende Der spielt auch Fox Also wir haben dann jetzt mal Leute eigentlich Wir sind so aus Wenn alle da wären, wären wir so glaube ich 11 oder 12 Das ist halt selten passiert Wenn wir da Wenn alle da sind Dann ist es bei uns von Haus Ja Das ist halt nicht Weil Steve oder so Wie kann man halt nicht mal Wie los Wow die Downsmash war Big Brain Das war eigentlich Oh Rivka Wird grad extrem Hat geedgeguided Das wäre fast Dreamypot Niveau Wie Beckett Ich habe irgendwie das Gefühl Dass mehr Turnips Dann das ganz gut tun Und Rivka Wird das Gefühl Wird so ein bisschen gieriger Oh Das war crazy Gute Färbische Das war rar Ist ja schön Ich weiß nicht Ich kenne mich nicht so gut aus dem Match Aber ich habe irgendwie das Gefühl Dass Turnips und Needles Super viel Wert sind Ja Weil Crouch kennst du bei beiden Charakteren Ziemlich stark ist Weil Needle Bei Turnips Das Problem ist Man halt Ziemlich weit weg sein los Bist du nicht eine Peach Nee ich bin Schick Schick Und Gän Aber eben Durch Peach & Squash Kannst du das eigentlich nur verändern Dann nimmst du entweder gut spaced Mit einer Wehr Und nicht so wie mit einer Ferne Oder du nimmst ihn jetzt Und das Problem ist dann überhaupt Das Akkordspinsel Mir gefällt nicht Dass Rivka sofort reingerannt ist In Skane Aber Bei Schick ist halt nicht das Wichtigste Ja auch Flagbar movement Ja Wieso grad Aber das ist auch manchmal mit Tomahawks Das funktioniert Das macht halt Rivka eher wenig Er mixed wenig Tomahawk-Rubs Respektiv Zu sehr wenig Von Downsmash Das finde ich gute Art Das ist ein bisschen böse Er wird einfach Er wird einfach Er verliert einfach so den Stock Mit dem bösen Fies Aber der Koppel Ja Boah ich hasse das Stadium Hoffentlich wird irgendwann mal Stadion Gefühlt 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 Ja Ist ja cool Das wäre geil Wenn halt dann FD weg wäre Und dann Im Stadium Und dann Und FD dann Counterpick Ne FD oder ganz weg Was FD ganz weg würde ich nicht machen Aber als Counterpick würde ich verstehen Ja weil das ist halt Nicht weil es zu Für Martin oder sowas Extrem wertvoll Ja Ja seh ich Aber deswegen ist es dann Counterpick FD ist halt entweder gewinnt man dort Und man verliert dort Und das mag ich auch nicht an der Stage Das ist neutral Weil Das ist halt ein Vorteil Das ist Pokémon halt wirklich nicht so Oh langsam Dreamland ganz weg Ja Den Baum können wir fällen So da bin ich dabei Ich finde Auch zum Beispiel Ja so Dreamland geht Aber Ich finde halt zum Beispiel R-Typing mit So machen Wie bei Summys Singles Um halt so Pappen Und so Dieses Campen An der Ledge zu nerven Ach Ledge Club Limmel Meinst du? Ne ähm R-Typing Limmel R-Typing Limmel Was ist das? Ihr sagt ja immer es geht immer 3-2 aus zwischen den beiden Ja Aber das ist halt Schön Game 1 gewinnt aber auch meistens dann ist das halt Das ist halt das wichtigste Game 1 eigentlich Das ist halt ein bisschen Ja Das ist ein bisschen Neue Ja Das ist ein bisschen Ledge Denn das war nicht meine Reichweite, bis ich traf mich. Also, der hat sich vorlaufen. Ja, klick, klick, klick. Oh nein! Was? Ja, und jetzt abwehr. Oder fair. Rivka weiß mehr als wir. Okay, das ist drin, muss ich sagen. Ja, ist halt knapp. Oh, er holt Prozent, 24 Prozent. Oh, schon fast 7. Alter. Shit. Das war faul. Oh, Rivka. Oh! 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 Oh!